Sprich nicht in das Mikrofon und ich kaufe dir alles, was du dir zu Weihnachten wünschst. Wie heißt du? Woher kommst du? Was machst du beruflich? Okay, ich würde dir alles kaufen. Was wünschst du sich? Ein Fahrrad. Perfekt, let's go. Wollen wir zum Fahrrad hinlaufen? Okay, das machen wir. Welches Fahrrad willst du haben? Das da. Kannst du denn schon Fahrrad fahren? Ja. Aufpassen, nicht dagegen fahren. Das hat sie sich schon echt lange gewünscht. Willst du noch irgendwas haben? Nee. Kannst du das schon tragen alleine? Fahrrad tragen. Wow. Oh, oh, oh. Willst du noch irgendwas haben? Rekohaus. Okay. Willst du was fragen? Mama will. Hast du schon einen Traumjob? Ja. Wir können dir auch vielleicht irgendwas so Ärztenmäßiges kaufen. Hier, guck. Da gibt's so alles mögliche. Spritzen. Bällebäde. Wir haben zu Hause schon Bällebäde. Man kann nie genug Bällebäde haben, ne? Willst du noch was für deinen Bruder aussuchen? Paw Patrol. Hier ist Paw Patrol. Können wir auch hier reinpacken. Das machen wir ihn doch nicht ernst, oder? Ach, willst du das aus der Kasse, oder zahle ich das? Einmal die Sachen hier bitte. Dann macht das 398,91 Euro bitte. Mit Katzen. So, Alison. Hier sind deine Sachen. Ich wünsche dir ganz, ganz frohe Weihnachten. Danke schön.